Hallo, Herr Robita, danke schön. Dankeschön. Reserviert. Allmann im Freiwart. Immer die gute 50er, wenn wir uns hier schon auf dem Grill packen, ne? Ich sag immer, doppelt hält besser. Boah, das brennt in den Augen. Da hat noch einer reingepisst. Erst mal den PH-Wertbrief. Wo haben Sie eigentlich Ihr Seepferdchen gemacht? Hier? Ich hab auch Seepferdchen. Sag mal, geht's eigentlich noch? Hier, mach die Musik mal ein bisschen leiser, mach mal ein bisschen Piano. Das ist hier keine Disse. Ne, das ist Ruhestörung. Anzeige es raus. Sag mal, der pinkelt doch da, oder? Nicht ins Wasser pinkeln. Hallo? Geht's noch? Vielleicht hat er auch nicht gepinkelt. Aber man kann die sichern, man kann die ... safety first, sag ich immer. Heiß, 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 heiß. Aua! Aua! Ha! 3,80 für eine kleine Pommes? Ist die Bio? Nee? Dann ist das Wucher. Zum Glück hab ich mir ne Stulle geschmiert, ey. Meiner! Ey, 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 ey! Abduschen, Freundchen. Komm mal her. Du fängst unten bei den Füßen an. Und dann arbeitest du dich langsam vor zum Herz, weil sonst gibt's nen Herzinfarkt. Ganz einfach. Hey! Nicht vom ... Jetzt springt der vom Beckenrand! Anzeige es raus, Freundchen! Okay, jetzt geh ich zum Bademeister. So, nach dem Essen, halbe Stunde warten und dann geht's ins Wasser. Die kann auch nicht. Da ist noch jemand in der Aufprallzone. Da ist noch jemand im Becken. Das ist mein erstes Mal von der Höhe, okay? Arschbombe! Beim Springen Nase zuhalten, sonst geht das auf die Ohren! Nicht vom Becken ran springen! Das waren dieselben, die vorhin auch schon gesprungen sind. Also die Wolke da sieht ein bisschen verdächtig aus. Sollten wir vielleicht ne Sturmwarnung rausgeben. Ne? Oh, oh! Das ist super gefährlich! Barfuß müssen sie auf die Bienen aufpassen. Da hat keiner was von! Weder die Biene noch sie! Das ist ne Loose-Lose-Situation! Hey, erst mal die Regeln lesen! Hey, nicht zu zweit rutschen! Ey, sag mal, spinnst du? Staunen ist nicht erlaubt! Sie machen einen super Job hier, das wollte ich Ihnen nur sagen. Die 2 ist für mich reserviert, ne? Danke! Das gibt's doch nicht, ey! Das ist hier zum Bahnschwurm reserviert! Kriegst so'n Hals, ey! Komm mir dahin, wenn jeder macht, was er will! Nach Absurdistan oder was? Mein lieber Schwan! Idiot! Der Kuss! Der Kuss! Ja, Badabadu! Wuh! Pingu! Pingu! Hört das staunende Rundspanner auf! Das sind dieselben von vorhin, die übernehme ich! Oh, das sieht übel aus. Das ist ein Pfeil für eine 50er. In Zukunft immer direkt eincremen, sonst hilft irgendwann nur noch Chemo. Bis zur letzten Sekunde ausgenutzt, haben sich die 3,50 gelohnt. Ich habe es gerade in der Linse gesehen, wie das sind meine Eische, in der Linse. Richtig schön Mahlzeit gesagt, Mahlzeit. Beste Outtick in der Geschichte meines Lebens. Ich bin eine Leidmann.